Ich renne ins 3er. Hey, wer ist denn hier? Das ist ein Scav. Hier steht auch noch einer drin. Ja, der looted ja. Das ist kein Scav, das ist ein Scav-Player. Ja, ich weiß. Er steht mir im Weg. Schade, ich will den auf den Buckel springen. Jetzt ist der Ausdauer weg. Hast du ihn gesehen? Ja, vorne. Vorne war einer. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Alter, ich auch. Huch, fuck, man. Hardcore-TTV. Papi, Chulo hat mich umgeniedert. Hier, guck mal. Hier bist du nämlich geschützt. Von den Snipern oben. Okay, sehr schön. Guck mal, hier kannst du nämlich nicht gecountert werden. Von der linken Seite. Das war das Sinnvollste, was du bisher an diesem Raid beigetragen hast. Und hier ist auch noch ein paar Bäume. Ja, du bist einfach ein unangbares Etwas. Man gibt dir so viele Tipps und... Ja, man sagt, ich bin da unten und dann passt der Mensch da rein. Die andere Hälfte hört er gar nicht hin. Die andere Hälfte verkisst er wieder. Die andere Hälfte hört er gar nicht hin und die andere Hälfte, die er wahrnimmt und sagte, ja, kann man machen. Dann ist er aber das Schwein. Der einzige, wo ich das Gäfte nie erknallt, ist auf Lighthouse. Weil ich genau weiß, dass wir besseren Loot haben als ich. Achso. Ja gut, das stimmt, ja. Ohne Witz, wenn du Lighthouse kennst und alle Loot-Spots weißt, dann kann ich auf Lighthouse Millionen fahren. Aber Schwein ist doch... Bleibt doch Schwein. Ist mir egal. Komm, Klaus, wir gehen. Komm, wir hauen ab. Ihr bringt nichts hier. Keinen Sinn. Bevor ihr komisch werdet hier. Bevor ihr hier... Wir gehen zwar ohne Loot raus, aber dafür mit reinem Herzen, guten Gewissen. Und hier drinnen, glaube ich selbst, ist schon nichts. Also ich hätte noch rechter Flügel, Tonhalleingang und Verwaltungskeller noch als Exits. Ja, dann müsstest du dann auch allein hinlaufen. Oh, Spieler, Spieler, Spieler. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Alter, ich bin so schön am Quatschen gewesen. Es ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Amt du? Dankeschön. 320 Bits, du Wahnsinniger. Aber wartet mal, wartet mal. Sollte da nicht was anderes kommen? Fällt mir eigentlich gerade mal so ein. Sissi, sollt ihr doch eigentlich nur... Moment, jetzt muss ich mal hier gucken. Matze, sollen wir mal die Rucksäcke tauschen? Warum? Welchen Loot, äh, welchen XP oder was? Und dann erst im Stash gucken, was drin ist. Warte. Okay. Gut. Ich bin gespannt. Ich auch. Bei beiden einfach gar nichts drin. Ich überlege gerade... Nee, ich habe, glaube ich, nur Müll. Ich habe besseren Müll. Geil, da habe ich ja das Geschäft meines Lebens gemacht. Ja, hast du jetzt auch, glaube ich. Genau. Und von 101 bis 200 kommt Hermine. Und von 201 bis 300 Harlekin. Nee, von 301 bis 400 kommt Vanessa May. Theoretisch, was ist praktisch hier los? Was ist denn das für ein Scheiß? Hey, ich habe... Ich habe Exfil-Camper erschossen. Was hat er nun davon? Ich will jetzt wissen, was in deinem Rucksack ist. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. Das war eine geile Idee. Gefällt mir. Ein Haufen Shit. Ein Haufen Shit. Nein, 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 nein. Nichts, dass ich es nicht gemacht. Besser als ich. Also hier ist es, hier ist es, Klaus. Ja, ich muss auf Eiter hier vorne. Ach so. Ich dachte, du hast das auch. Ich muss auf Roblox hier. Ah. Alter, Klaus. Verrückter Hund. Hast du mich hier reichlich beschenkt? Ja, Lugo. Mit feinstem Loot. Eis. Ich muss euch schnallen, finde. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin Zwilling vom Sternzeichen. Deswegen liebe ich die Abwechslung. Zwilling? Ja. Deswegen gehst du mir mal ständig auf den Sack. Das ist mein Böses. Ich bin Löwe. Ach so. Löwe? Ich weiß gar nicht. Wann hast du da geprotzt? Warte, jetzt weiß ich, warum du mir die ganze ewig und dach auf den Sack gehst. Hast du dann... Ist das August? Ist das August? Ja. Das ist dein Sternzeichen. Ja, August. Richtig. Ja, mein Bruder ist auch rüber. Du brauchst das Land-Splink? Ich habe mir das absolute super Geschäft gemacht bei dem Tausch. Ja, ich bin gerade. Auch du hast Outplakes. Oh, geil. Die kannst du dir jetzt sogar einteilen. Ja, ja, super. Und mit dem Maschinenschlüssel. Ja, super. Den habe ich schon lange gesucht. Der Mann kämpft mit dem Fenster. Mach mal Gitte. Decken Sie mir den Arsch. Keine Granate drin. Mach er denn. Ich decke. Wie ein Deck hängt. Zwilling ist Oktober, ne? Irgendwie. Ne, Juni. Juni? Ne, Quatsch. Im Ernst? Juni ist doch Krebs. Ne, Juli ist Krebs. Oder hier am 24. Nein, nein, nein. Also dann Ende Mai bis... Oder Mitte Mai bis Mitte Juni dann. Also oder bis zum 20. Ich weiß nicht. Ich verstehe, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, ich habe festgestellt. Marki, Mark und ich haben vieles gemeinsam. Da war eine Katze drin. In einen Vektor. PS. Matze, hier. Ja? Matze, hier liegt noch ein... ...Keder für dich. Zweitwaffe. Geil. Nicht mit mir, Juni. Die große Schnauze. Waren aber keine 80 Meter. Das scheint wirklich kein Tippfährer zu sein. Ich bin Lieutenant Frank Reben. Police Squad. Danke, Thomas. Du bist wahnsinniger. Aber jetzt ist es wirklich gut. Danke nochmal für die 1000 Bits nochmal. Also 2100 Bits und 5 Geschenk-Abo-Subs schon wieder. Ey. Jetzt ist es auch wirklich gut, Thomas. Jetzt, sonst muss ich schimpfen. Heb dir bitte noch was auf. Es läuft ja nicht weg. Und danke. Danke dafür. Danke, danke, danke. Was denn? Ich gehe in den Marktraum. Okay. Ich gehe nach vorne. Ich einleihre. Einleihre. Ey. Oh, scheiße. Alter. Du warst das scheiße. Ich... Ich habe gedacht, du bist hinten an einem Raum neben mir. Oh, wie schlecht. Warte, ich sehe. Lass ich mal so stehen. Ja, gerne. Wir müssen aufpassen. Geh mal hinter Matze her. Dann zeigt er dir, wenn er einen Skeff zieht, dann kannst du... Oh, da ist ein Skeff. Also links ist eins. Komm, komm hier mit. Komm hier mit. Komm hier mit. Den kannst du erschießen. Dann kommst du nämlich hier hinten raus. Jetzt hin, rechts, in den Ausgang. Ich bringe mit. So, hier aus dem Ausgang. Hier in der Nähe stand er. Und nicht rutschen. Hast du den hier? Ja, der rinnt schon wieder raus. Ich will sterben. Kommt der? Hast du ihn? Ja. Hast du einen guten Enkel auf ihm gehabt, ne? Ja. Ja, ich habe zwar einen Linksenkel, aber... Die Vermutung war, der liegt im... ...Hütklumpen. Mensch, ich habe da einen Grizzly für dich. Ui. War ein Spieler. Kam aus der Tanke raus. Da ist noch einer. Der ist hinter der Tanke. Hupt über den Zaun. Er kommt gelaufen. Von rechts, von rechts. Achtung, Achtung, Achtung. Links kam gerade ein Schuss von mir. Ich hatte es ja wüsst. Na, von rechts kam der. Da, jetzt, rechts, guck raus. Leg dich um. Geh rum, rechts rum und schießt und schießt. Rechts. Er kommt rein, er kommt rein. Da ist der Nächster. Gib Gas. Der kommt da auch rein. Der ist vorne. Der ist vorne, wo wir gerade waren. Er ist, glaube ich, hinten reingekommen. Nein, der ist da vorne, wo wir gerade waren. Ja, genau. So, leg erst mal den Skefton jetzt hier. Er kommt. Er kommt. Hunter, was machst du denn? Hier schießt er Nächster auf mich. Er ist tot, Mann. Und es wäre so schön gewesen. Hier waren drei Skefts. Auf jeden Fall, Wilma. Wenn zwei Lesben sich gegenseitig... Nein. Doch, 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 definitiv. Du hast es ja sogar selber zugegeben, Adam. Nein, ich habe gesagt, wenn, dann bin ich schwul. Oh, doch. Nee, ich habe nie gesagt, dass ich eine Lesbe bin. Oh, ich bin tot. Ich stand zu einer anderen Mauer und könnte meine Waffe nicht ausrichten. Oh, fuck. Anfängerfehler. Ich nehme die Raids mal auf. Wenn... Ey, der Raid ist aufgenommen, Alter. Willst du mich verarschen? Siehst du, es zeigt sich immer wieder, wer hier die Frau ist. Ich streame. Und er möchte den Raid aufnehmen. Naja, dann nimm auf. Guck mal, er sagt, gut bist du. Ja, das stimmt. Er treibt mich zur Weißglut, Wilma. Ich kann ihn erschießen. Das kann man sich besseres wünschen. Ich hatte noch nie... Warum kann man sich besseres wünschen als Matilda? So das Bedürfnis, jemandem im Raid einfach mal so... Einfach mal so komplett... Unmotiviert über den Haufen zu schießen. Was? Ich habe noch nie bei den Schuss gehört, da fiel ich schon tot um. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ach, Mann. Er hat gesniped hinter dem Teil, ne? Ja, aber ich war ja schon tot. Bevor er überhaupt geschossen hat. Nein, nein, nein. Ich habe es gesehen, jetzt gerade mit Verzögerung. Der hat hinter dem... Ja, ich weiß, dass er dort war, aber ich fiel um, da habe ich erst einen Schuss gehört. So ein Scheiß. Ich habe dich recht. Super. Jetzt muss ich erst mal nachklippen. Das war nur einer, oder? Ja, das war nur einer. So, jetzt, Leute, ich danke euch fürs Reinschauen. Samurai, danke fürs Zocken. Wir sehen uns am Freitag. Ja, habe ich gerne gemacht. Ist ja Benji da auch wieder mit dabei. Ich weiß, dass er auch wieder mit dabei ist. Ist ja dann Benji dabei, ne? Alex... Liebe Grüße an euch alle. Seid gesund. Bis die Tage, ne? Genau. Danke dir. Dann, Ringaro. So, ihr Lieben, wir sehen uns dann am Freitag. Schlaft schön. Und wartet noch, wir wollen noch schnell jemanden reden. Der gute Wilma hat ja hier einen Link hinterlassen. DE Jazz. Das kommt mir, glaube ich, irgendwie bekannt vor. So, Leute, ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann am Freitagabend. So, mit. Mit.